oh call of duty monowarfer und jetzt was glaubt leute nach langer zeit ja wirklich sehr langer zeit machen wir mal wieder eine nicht lachen challenge ich bin auf jeden fall mega gespannt kurze sache wir haben drei leben wenn du jetzt abonnierst und likes haben wir nämlich sogar fünf leben deswegen gefallen liken abonnieren und allgemein tun mir den gefallen und abonnieren den kanal wir sind nämlich kurz vor den 500.000 lenden deswegen leute bitte macht einfach 500.000 lenden stehen so kurz vor der tür kleiner junge er rennt ok im bursers festung gelandet oder was jetzt haben wir hier mr frosch mr... was macht er jetzt ja das handy ist auf jeden fall schön in der toilette gelandet und ich glaube es war nicht mal ein wasserdichtes handy freunde okay oh nein nein haut die auf die gläser rauf oder der haut sie auf die gläser rauf oh nein oh mein gott alter das arme hühnchen leute ey nein wir haben schon leben verloren wir haben schon ein bonus leben verloren jetzt haben wir auch hier vier leben einfach nur am start ja super toll weil ich gelacht habe warum hört sich meine ps4 an wie ein elefant leute sogar echter sound was ist denn das jetzt hier okay der war gut leute es wird schwer heute leute es wird schwer hat er da irgendwie so ein löwen oder so auf seinem dach ja zum tipp ey ohne spaß das macht der spaß auch einfach so mit absicht leute dass er seinen schwanz auf seinen kopf drauf haut ohne spaß man der arm sogar zum beat was ist das denn jetzt okay man ach leute heute wird es wieder richtig richtig also wirklich richtig schwer ja ein feuerwerk ja warum guckt der hund ist blind der guckt nicht zum feuerwerk leute okay ey was warte mal der hat sich ja schon darauf eingestellt dass er hängen bleiben wird leute guck ihn dir mal an hier okay okay ja ich glaube ich habe nicht den sinn von der nicht lagen verstanden deswegen leute drei leben haben wir nur noch ihr seht es hier oben drei leben haben wir nur noch ja ich glaube ich sollte mich ein bisschen zusammenreißen leute katze oh was drückt er da rein was drückt er da rein was ist das im blick jo ey der war voll heftig man jetzt dribbelt der den noch aus und jetzt okay das kann auf jeden fall nicht gut gehen freunde eine coca okay jetzt wird ordentlich getrunken oh ey was ist das was war das leute packen die einfach den papagei in so ein glas rein okay hier kriegt man ein bisschen seife hier kriegt man ein bisschen wasser jetzt kann man ganz normal sich die hände waschen okay der war gut leute der ohne spaß der war gut und ey tu es nicht er kackt aufs boot er kackt einfach aufs boot so was ist das jetzt hier ist das salami ja ne der salami deckel der passt nicht drauf uuuuuh wo ist das seht ihr jetzt hier ja moin ey wie macht ihr denn oh ein hotdog hotdog es ist ein schlauch es ist ein schlauch es ist ein schlauch freunde jo die katze gönnt sich ja mal richtig das ist auf jeden fall nicht so lustig ich meine guck mal ey die denken sie so nein wem gehört der rucksack leute wem gehört der rucksack der da nicht rausfliegt guck dir das mal an wie soll das denn nein der wird locker der wird locker wegfliegen freunde jetzt mal ohne spaß ein bisschen klavier spielen leute das schadet auf jeden fall nie maus du schaffst das du schaffst das hoch ich glaub an dich los maus ja ja fast geschafft fast geschafft oh nein oh das ließ sich eh keiner durch leute die ganzen sachen ok oh nein oh mein gott lauf weg oh die kriegen die hupe kriegen sie einfach nicht aus die kriegen die hupe nicht aus hallo kleiner vogel was der ist einfach mitten im wasser man oh nein oh nein nein oh man ey ey oh lauf lauf was ist das für ein ding yo der springt einfach über den hunden rüber ok fidget spinner auf dem bein vor der katze oh mein gott was geht meiner katze ab leute ah btf oh komm man ey komm man es war jetzt schon vorbei oh wie süß die katze ja komm Leute zwei leben haben wir noch ist noch in ordnung aber es ist auf jeden fall echt schwer muss ich sagen also es ist so ein mix so ein mix Freunde mal lustig mal nicht lustig na komm die katze klar oder was Leute kommt sie klar weißt du noch wo sie ist oh nein der typische Katz das ist ein gang zurück was hat mir grad da probiert der hätte ja nicht mal den Ball in der Hand gehabt was ist das ein Frosch ein Frosch noch einmal noch einmal bitte einblenden los los wirf den Ball raus ja einmal raus geworfen komm nochmal nochmal komm es war er komm wirf raus wirf raus ja wirf raus steigen es ist eine SMR oder was res wow es war geplant Oder was jetzt? Hä? Ja, genau. Okay, ja, genau. Wahrscheinlich spielt die Katze besser Klavier als wir alle zusammen. Oh, harter Arbeitstag gewesen. Muss ich dazu noch was sagen, Leute? Oh, Call of Duty. Mono Warfare. Und jetzt? Oh, oh, shit. Oh, man. Ey, das kann doch nicht angehen, dass ich auf sowas einfach reinfallen, ne? Es kann doch nicht... Oh, shit. Mann, der war so gut, Leute. Was macht sie jetzt hier? Okay, ein Leben haben wir noch. Es ist hier oben eing... Der hat zudem gesagt, mach einen Flip. Und der Frosch macht einfach einen Flip. Oh, Cola Flasche gesaved. Oh, shit. Und jetzt? Was macht der jetzt? Oh. Lol. Der nimmt jetzt einfach die Fliege und gibt ihm die Fliege... Das ist der Gummi-Bänder. Ja, das ist... Ich bin raus. Das ist der Gummi-Bänder, Leute. Haut rein. Das war's. Also... Ne, also... Oh. Wir haben heute... Nicht lachen, haben wir überlebt, Leute. Checkt alles von den beiden Videos hier aus. Einfach draufklicken. Und abonniert den Kanal. Für mehr Folgen. Ja. Haut rein. Okay.